Hallo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 7 Rebirth. Wir haben jetzt hier nochmal eine weitere Sidequest. Weil der Tobi, der möchte uns nämlich was machen. Genauso wie die Reaktoren. Es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Also, hier ist die Situation. Es gibt eine große Leitkarte, neben der Karte. Und jemand, die sich der Murk von Junan nennt, hat sich in ihren Hügel gelegt. Kurier. Oh, sind sie dein Freund von dir? Er sagt das nicht zu laut, sonst kommt Tetsuya Nomura und sagt so, ah ja, stimmt, Schicksal. Da war ja was mit unserer Witter-Story. Oh Gott, warum hat man Kyrie mehr in Spreentime gegeben? Ich hätte lieber so Johnny wieder zurück. Der war cooler. Kyrie in Air. Oh Gott. Ich glaube, das macht mich der wichtigste Kandidat. Oh, Protip, wenn du die Chance bekommst, möchtest du auch über die Helle schreien. Du kannst sogar eine Glimpse des Great Condors, wenn du Glück bist. Wenn du das so interessiert bist. War denn ich sogar irgendwas mit einem Foto? Doch, klar. Hier ist die letzte Side-Quest, wo man annehmen kann. Wie es scheint. Ja. Da haben wir jetzt alle hier auf jeden Fall angenommen. Genau, die fünf sind es. Ich mache jetzt erstmal das mit dem Leuchtturm, dann macht man das mit der Frosch-Party. Und dann den Traum vom freien Himmel, weil das ist nämlich Stufe... Das ist auch schon Stufe 23. Aber wir sind jetzt Stufe 24, ja hoch. Okay, na dann. Keine Kräer auf jeden Fall. Auch wenn das hier kreend ist, heißt... Ja, und das ist jetzt da... Was ist das? Aber wir sind immer noch... Ah, das ist immer noch die... Ah, leck mich am Arsch, alter. Das ist immer noch die... Ah, nee, jetzt mal die Union. Und hier ist die andere Side-Quest. Na gut, wir gehen jetzt aber erstmal nach da unten. Man kann mir auch schon mal den Fotospot... Wo ist mein... Da. Da. Warte, ich muss mir die markieren, weil irgendwie wird mir die nicht angezeigt, wo die ist. Genau, jetzt. Was ist das denn hier? Was ist das? Das war's für heute. wo ist die fotolocation dies direkt hier drauf einfach das nicht auf der brücke aber halt daran nein gott auf dem schiff ja scheinbar hey hallo übrigens dieses dorf dieses grenz ich glaube das gab es im original ja auch nicht und es kann mich daran jetzt nicht erinnern also es gibt neue location ist was auch okay dass euch werden viele location sind auch echt klein beispielsweise location die wir besuchen werden das nicht schulern sondern die nächste ist dann halt sehr sehr klein da würde es mich nicht oder wenn sie die eine oder andere sache gemacht haben damit aber wie kommen da jetzt hoch und das euch da hoch wenn man auch nicht verstehe hier leichter er fühle mich irgendwo hin keine ahnung wo ich hin soll ich weiß nicht mal jemand das foto schießt jetzt geht's oder wie foto modus und wie mache ich jetzt das bild so nein das ist einfach von wegen ja du kannst halt einen geilen screenshot machen oder so okay geht's also nicht so interessant das heißt nicht nur sowas kriegen wenn wir das nicht nachverfolgen so kerry war die sommer so ein ding so ich so ich so so ich so ich so so ich 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 so ich so ich so ich ich so ich ich so so ich so ich so ich ich werde mich aber nochmal informieren dann weil ich guck's halt auf einer website da steht immer dran okay in welchem chapter das ist und soweit ich es weiß sind es eigentlich nur diese fünf ich das ist sogar die mütze das ist sogar die mütze ich 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 Auf Wiedersehen. And besides, arguably this whole mess can be laid at your feet, mister. I came all the way out to Junon to strike it rich, but nobody knows we're here. Or even that we exist. Zero publicity, which means zero clients. I mean, this is Business 101. Since you suck so bad at self-promotion, I had to pick up the slack and come up with an ad campaign. But like... What's your brand? Tall, blonde, and not interested? Sounds like a one-way ticket to bankruptcy to me. Allergies. What? Shut up! This thing can talk? Indeed. Aww! Aren't you just the most adorable boy? Hey, you know, I've always wanted a pet of my own. Come here, come to Mama! Okay, scratch that. Right. Anyway, as I was saying, I'm putting in all this work for us, yet we haven't managed to bring in a single customer. And if we don't get one really soon, your CEO and PR head is as good as done! But not to worry, I put my creative skills to work and came up with this, diddy? I think they're interested in it. I think they're interested in it. Wait, monsters? Well, who could have drawn them here? I'm sure your aggressive advertising has nothing to do with it. Please, Cloud, you've got to help me! After all, nobody knows how to take down monsters like a merc. So hire yourself. You're a pro, aren't you? Come on, don't be petty. Oh, I'll even give you some of these! Pass. Wait, our lives are in as much danger as hers now. We have to fight. I'm already there. Das war's für heute. Alter, die hält die irgendwann mal die Fresse. Nur so eine Frage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach nein, warte mal, MP, unendlich. Das war, letztes Mal war es gar nicht, dass man keine MP, dass man keine Zauber einsetzt hat, man hat auch ein MP. What the hell? What the hell? Hast du die Dinger mal gesehen? Hast du die Dinger? Komm schon! Boah! Leute sollen wir einfach abhauen ohne sie. Und jetzt weiß ich, warum ich keine Kunden bekomme. Keine Ahnung. Ich bin glücklich, dass du etwas gelernt hast. Oh, gut. Ich glaube, ich werde nur aufbauen und abhauen. Ich werde es mitnehmen. Aber ich bin sicher, dass du es von hier verletzt kannst. Wir sehen uns später, fellow Omer. Nichts da neue. Hey. Wollt ihr mit Mama? Komm schon, du weißt du. Okay, später. Ich wünschte sie nicht auf meinen schlimmsten Feind. Du und ich beide. Meine Jungs! Ich sah die Monster. Sie kamen deinen Weg. Hey. Ich konnte es nicht helfen, aber... Aber es sieht aus, dass ich nichts überrascht habe. Ich sollte es wissen, dass Avalanche sein könnte. Und aus Curiosität? Was ist mit dem Merc? Sie hat weitergegangen. Bummer. Ich denke, wir sollten den Ort gezogen sein. Oh, ja. Ronda sagte mir, dass du Merc auf der Seite machst. Okay. 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 Jetzt ist es mal noch dahin. Äh... Es sind noch zwei jetzt, ne? Es ist gar nicht mehr so viel. Warte mal, dann will ich gerade noch hier hin gehen. Zum Turm. Machen wir das noch an dem Part? Ich glaube, die Quest gehen wir jetzt nicht nochmal hin. Warte angehalten. Ja, okay. Beim Turm müssen wir noch ein bisschen eine andere Route wählen. Wir müssen nämlich... Können wir nämlich nur von da unten. Da hin. Okay. Dann Nevermind. Ich muss nur gerade gucken, wie kommt man jetzt nach da oben. Ja, okay. Hier wird ein Weg genannt. Warte. Schnellreise. Da lang war es, ne? Ja. Okay. Ja. Ja. ok gut ich sage ich mache mir im nächsten noch weiter bei feinfensteamrebirth bis dann und ciao